ich grüße dich herzlich willkommen schön dass du aufgetreten hast ja alle guten dinge sind eben mal zwei oder auch mal drei natürlich wenn wir jetzt mitte der woche es ist voll genüsslich und ich verschwende meine zeit ja eh nicht und ich muss wirklich wirklich dazu sagen ein respekt und die leute die meine videos gucken auch wenn sie manchmal langweilig sind aber langeweile gehört ja auch schon dazu und es ist ja nicht so dass ich euch oder ihnen ärgern möchte oder so aber ihr müsst ja auch selber dazu stehen es kann einfach nur wunderschön werden und für diejenigen die mich noch nicht so kennen es ist halt ein kanal wo ich wenn es mir deswegen nicht passt etwas sage weil es ja auch mein recht dazu ist und lasst mir auch nur mal gesagt sein es ist nicht gegen euch es ist nicht für euch es muss einfach mal irgendwann mal was gesagt werden wie zum beispiel das einfahrtverbotsschild was mir gar nicht gefällt weil so macht man den menschen keine freude sondern eher nur fragezeichen ärger und so weiter und man sollte sich dieser sache bewusst sein dass durch verbote nichts besser wird sondern eher nur problematisch und schlechter es halten sich ja die jugendlichen auch nicht an das beispiel verbot geht denen am zipfiglotsch vorbei wie man so schön sagt